Hallo, Mama. Natürlich feierst du Weihnachten dieses Jahr nicht allein. Hallo, Oma. Ich freue mich, wenn wir wieder alle zu dir kommen. Als Familie wird das ja wohl noch erlaubt sein. Du, dann machen wir halt einfach für das Fenster auf. Singen wir dann wieder? Du meinst ja? Wir dürfen doch jetzt wieder. Also zumindest zu Weihnachten geht's schon mit Abstand. Bis Weihnachten, Mama. Vor allem die Kliniken bleiben gefordert. Organisation, Mangel an Intensivpflegekräften. Die nächsten Wochen bleiben eine Herausforderung. Nach Weihnachten droht ein starker Anstieg der Infektionszahlen. Die größte Sorge der Virologen? Generationsübergreifende Feiern. Besonders die Großeltern haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf. Ein WDF-Hoodchen vom Einbellen von husbandekauchen. ...und wand 형ern Virginia von Schoen mit assassiner 대한 Schlitzschlagkomm Drufen. Hierوج downt' disease komische Gnoten des Spannus. Oh, es immun ist irgendwie klar. Lassen Sieg betreide und schอย das Loraus. Der Springsteiyer wird ein schöner König überlassen! Ding dong, ding dong, Christmas bells are ringing Ding dong, ding dong, Christmas bells are ringing Ding dong, ding dong, Christmas bells are ringing